Hallo Leute und willkommen zu meinem Review von den neuen iPhones 15 und 15 Plus. In diesem Video zeige ich euch, was sich hier alles verändert hat und wie gut diese neuen iPhones wirklich sind. Vorweg muss ich schon mal sagen, wir haben es hier zwar mit der typischen Produktpflege zu tun, also gar nicht so umfangreichen Veränderungen. Ich finde aber, dass die Veränderungen zwischen 14 und 15 doch etwas spürbarer sind als damals zwischen 13 und 14 zum Beispiel. Zunächst einmal hat Apple hier die Farben deutlich entsättigt. Das bedeutet, wir haben es hier nicht mehr mit diesen kräftigen, satten Farben zu tun. Für mich sieht es eher so aus, als ob wir hier Weiß als Grundlage hätten und dann einfach einen sehr deutlichen Stich einer bestimmten Farbe. Zum Beispiel hier bei diesem neuen Blau, aber man sieht es auch bei diesem neuen Pink. Aber es ist natürlich auch Geschmackssache, was hier letztendlich einem besser gefällt. Beim Glas des Kameraelements oben jedenfalls sehen wir, dass da doch etwas mehr Farbe eingearbeitet wurde, also die Farbe dort nochmal eine Spur gesättigter ist. Neben den gerade gezeigten Farben Blau und Pink gibt es dann auch noch Grün und Gelb und für all diejenigen, die dann doch eine dunklere Option bevorzugen, gibt es dann auch Schwarz. Ein weiterer markanter Unterschied ist aber, dass wir jetzt hier eine matte Glasrückseite haben, wie wir sie auch schon länger von den Pro-Modellen kennen. Bei 12, 13 und 14 ist es hier eine spiegelnde Glasrückseite. Das fühlt sich jetzt natürlich wesentlich weicher an, auf der anderen Seite aber, wobei das müssen erst auch die Erfahrungen zeigen, wird das hier wahrscheinlich weniger anfällig für Kratzer sein. Zumindest hatte ich bei den Pro-Modellen der letzten Jahre hier auch wirklich noch nie einen Kratzer auf dieser Rückseite. Während ja alle 12er, 13er und 14er iPhones doch ein eher scharfkantigeres Design haben, also einen sehr direkten Übergang, sieht das jetzt bei den 15er iPhones anders aus. Beim Übergang vom Glas auf den Rahmen haben wir jetzt hier nämlich so eine leichte Abrundung. Optisch ist es vielleicht nur ein dezenter Unterschied, aber wenn ich das iPhone in der Hand halte, spürt man den Unterschied schon eindeutig. Die neuen 15er iPhones fühlen sich einfach nochmal etwas weicher bzw. geschmeidiger in der Hand an. Ein weiterer optischer Unterschied, die Dynamic Island bringt Apple jetzt, wie wir sehen, auf alle 15er Modelle. Damals noch exklusiv mit den 14 Pro-Modellen eingeführt, gibt es diese neue dynamische Form der Kameraaussparung, jetzt eben auch für die normalen Nicht-Pro-Modelle der 15er Reihe. Über die Dynamic Island habe ich aber damals ein eigenes Video gemacht. Das heißt, wer umfangreicher wissen möchte, was hier alles unterstützt wird und wie genau das funktioniert, der bekommt das in diesem Video von mir zu sehen. Auch die Maximalhelligkeit des Displays wurde weiter erhöht und ist jetzt gleich auf mit einem 14 Pro. Im Vergleich zum iPhone 14 hat das iPhone 15 jetzt also eine höhere Helligkeit bei der normalen Alltagsnutzung, bei HDR-Inhalten, aber vor allem im Freien kann es für eine gewisse Zeit dann mit bis zu 2000 Nits eine deutlich höhere Helligkeit erreichen. Ein iPhone 14 mit den Maximal 800 Nits habe ich hier leider nicht, aber ihr seht auf der linken Seite ein 13 Pro mit Maximal 1000 Nits. So ähnlich kann man sich das dann auch zwischen 14 und 15 vorstellen. Ihr seht also, gerade draußen bekommt dann das Display der iPhones 15 und 15 Plus nochmal einen deutlichen Helligkeits-Boost. Wie aber bereits gesagt, je nach Hitzeentwicklung nur für eine bestimmte Zeit. Wie erwartet ist es geschehen, in den neuen iPhones verbaut Apple nicht mehr einen Lightning, sondern einen USB-C-Anschluss. Soweit so gut, darüber freuen sich viele, aber nicht alle, wie ich auch mitbekommen habe. Dahinter steckt aber leider nach wie vor USB 2, also die gleiche langsame Datenübertragungsgeschwindigkeit, die wir bereits von den Vorgängermodellen kennen. Wird sicherlich nicht für jeden wichtig sein, aber ich finde es geht hier ums Prinzip, bei einem Smartphone ab 950 Euro sollte so etwas nicht sein. Auch an der Ladeleistung hat sich leider nichts geändert. Die iPhones laden nach wie vor mit maximal ca. 20 Watt. Hier hätte ich mir mal nach all den Jahren zumindest etwas mehr erhofft. Aber immerhin, mit einem iPhone 15 kann ich dann noch ein anderes Gerät aufladen, zum Beispiel ein anderes iPhone mit einem niedrigeren Akkustand, aber vor allem auch Geräte mit einem deutlich kleineren Akku, wie AirPods oder eine Apple Watch. In den neuen iPhones 15 und 15 Plus arbeitet jetzt der A16 Bionic mit 6 GB Arbeitsspeicher, also genau der Chip, den wir bereits von 14 Pro und 14 Pro Max kennen. Und das zeigt sich hier auch bei den Benchmarkwerten in Geekbench 6. Sowohl für die CPU als auch für die GPU-Leistung kommen hier relativ ähnliche Ergebnisse auf den iPhones 15 und 15 Plus raus, wie wir sie bereits von 14 Pro und 14 Pro Max kennen. Bei der ganz normalen Alltagsnutzung wird man da sowieso keinen allzu großen Unterschied bemerken. Aber das heißt ja auch nichts Schlechtes. Bei dieser normalen Alltagsnutzung finde ich die Performance so oder so ausgezeichnet. Die etwas höhere Performance eines A16 gegenüber einem A15 macht sich natürlich erst bei leistungsaufwendigeren Dingen bemerkbar. Auf der anderen Seite gilt aber sowieso wie immer bei einem neuen Chip mit mehr Performance, dass man dann zumindest für die Zukunft etwas mehr Leistungsreserven hat. Jetzt kommen wir aber mal zur Kamera. Bei der Hauptkamera steigt Apple jetzt hier von einem 12 auf einen 48 Megapixel Sensor um. Und im Grunde genommen ist das dann hier auch schon die umfangreichste Veränderung, denn ansonsten gibt es hier nur mehr die typischen alljährlichen feinen Kameraoptimierungen. In den Kameraeinstellungen des iPhones kann ich auf Wunsch unter Formate unter Fotomodus jetzt auch auf 24 Megapixel umschalten, was ja jetzt durch den neuen 48 Megapixel Sensor ermöglicht wird. Wie gewohnt kann ich hier ein Ultraweitwinkelfoto machen, das laut Apple 14 Millimeter entspricht. Und ebenfalls wie gewohnt kann ich dann mit der Hauptkamera dieses sozusagen normale Foto machen, das 26 Millimetern entspricht, aber wie gesagt in diesem Fall auch erstmals optional mit 24 Megapixel. Neu ist jetzt aber hier bei diesem normalen Nicht-Pro-Modell, die Möglichkeit unter Anführungszeichen zweifach optisch zu zoomen. Auch das wird ja durch den 48 Megapixel Sensor ermöglicht und soll laut Apple dann 52 Millimetern entsprechen. Ansonsten aber wie gesagt gibt es hier nur mehr diese ganz feinen Verbesserungen, die meiner Meinung nach vor allem Weißabgleich und Licht betreffen, was wahrscheinlich mit dem neuen Smart HDR 5 zusammenhängt. Wie gesagt, ich habe kein iPhone 14 hier zum Vergleich, aber den Unterschied, den ihr hier zwischen 14 Pro und 15 Pro bezüglich Weißabgleich und Licht seht, den gibt es so ähnlich auch zwischen iPhone 14 und 15. Also bei den 15er iPhones mit Smart HDR 5 wird mit der Sonne vielleicht nochmal etwas besser und natürlicher umgegangen. Ich habe aber auf jeden Fall noch vor, einen iPhone 14 in die Hände zu bekommen, um euch die Unterschiede dann in einem direkten Vergleich zwischen 14 und 15 nochmal etwas genauer zeigen zu können. Neu ist hier aber auf jeden Fall eine Funktion, die sich Portraits im Fotomodus nennt. Befinde ich mich im ganz normalen Fotomodus und werden Personen, Hunde oder Katzen erkannt, erscheint dieser Button da links unten im Eck. Und tippe ich den an, kann ich ganz einfach den Portrait-Modus bzw. den Tiefeneffekt ein- oder ausschalten, nämlich ohne dafür extra in den Aufnahmemodus Portrait wechseln zu müssen. Das iPhone speichert bei dieser Erkennung so oder so die Tiefeninformationen. Das bedeutet, ich kann dann nachträglich unter Bearbeiten unter dem Tab Portrait links unten über den Button ganz oben jederzeit den Portrait-Modus ein- oder ausschalten. Sicher praktisch, falls man sich mal denkt, hätte ich das Foto doch bloß im Portrait-Modus gemacht, jetzt könnte ich es eben nachträglich auch noch aktivieren. Indem ich hier an eine bestimmte Stelle tippe, kann ich auch diesen simulierten Fokus ändern. Das geht allerdings auch auf meinem 14 Pro und der iOS 17. An der Akkulaufzeit soll sich laut Apple zwischen 14 und 15 nichts verändert haben, genauso auch zwischen 14 Plus und 15 Plus. Allgemein hat sich aber herausgestellt, dass die Akkukapazität der neuen iPhones minimal gestiegen ist und diverse Akkutests, die man inzwischen im Internet findet, auf eine zumindest tendenziell etwas bessere Akkulaufzeit bei den 15er iPhones im Vergleich zu den 14er iPhones hindeuten. Also eine kleine Optimierung, ein, sagen wir mal, Schritt in die richtige Richtung scheint es sich vielleicht doch zu geben. Was allerdings jetzt hier auf den 15er iPhones möglich ist, ist in den Batterieeinstellungen ein Ladelimit bei 80% zu setzen. Das ist ja etwas, was sich viele schon länger für das iPhone gewünscht haben. Leider gibt es das aber aktuell auch wirklich nur auf den 15er iPhones. Nachdem es aber für mich wirklich gar keinen Grund gibt, warum das nur auf den 15er iPhones laufen sollte, hoffe ich doch sehr, dass das Apple mit einem Update in Zukunft auch auf die anderen iPhones bringen wird. Und genauso findet man dann auch hier in den Einstellungen unter Allgemein unter Info, ganz unten Produktionsdatum und Ersteinsatz des Akkus, sowie Anzahl der bisherigen Ladezyklen. Und zuletzt steckt dann noch in den neuen 15er iPhones der neue U2-Ultrabreitbandchip. Der hat unter anderem eine höhere Reichweite und ermöglicht dann auch die genaue Suche über eine Apple Watch mit U2-Chip, sowie auch die Möglichkeit, eine andere Person mit einem iPhone mit U2-Chip zum Beispiel in einer größeren Menschenmenge leichter finden zu können. Die Preise der iPhones 15 und 15 Plus sind ja bekanntlich im Vergleich zu den iPhones 14 und 14 Plus damals jeweils um 50 Euro gesunken. iPhone 15 beginnt also jetzt ab 949 und 15 Plus ab 1099 Euro. Wie also bereits gesagt, wir haben es hier zwar mal wieder mit der typischen Produktpflege zu tun, aber in diesem Fall würde ich das doch als gute Produktpflege bezeichnen, weil man dann doch zwischen 14 und 15 etwas mehr merkt als damals zwischen 13 und 14. Nicht zu übersehen ist ja auch, dass das iPhone 15 eindeutig bestimmte Eigenschaften eines 14 Pro übernommen hat. Man hat hier also sicherlich wie gewohnt ein gutes Gesamtpaket, das sicher einigen auch im Vergleich zu einem 15 Pro voll ausreichen wird. Auf der anderen Seite muss ich aber kritisieren, dass wir hier ein Smartphone ab, sagen wir mal, rund 1000 Euro haben, mit USB 2.0 und einem 60 Hertz Display. Ja, ich weiß, bekanntlich gibt es ja einige Nutzer, gerade was die 60 Hertz angeht, die das nicht so stört, die den Unterschied nicht so deutlich sehen oder denen das einfach egal ist, aber ich persönlich will es hier zumindest aus Prinzip kritisieren, nämlich gerade bei diesen Preisen, mit denen wir es hier zu tun haben. Was ist aber eure Meinung zu den iPhones 15 und 15 Plus? Oder eure Erfahrung, sofern ihr bereits eines dieser Modelle besitzt? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, aber an weiteren Videos von mir dranbleiben wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.